jetzt habe ich gelesen wichserin der neben dir steht alex wichserin nein ich bin nicht mehr umgeschlagen ist ein wichser rind ein rind ich bin nicht mehr umgeschlagen hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge outlast was geschrieben hat er kommt war schon vier wochen jetzt ich habe ich weiß zwei wochen nicht doch noch nicht aber die oma nervt mich die ganze ich komme nur menschen einfach halte schnauze ich zahle mich jetzt beitrag deswegen will sie dass er kommt das ist nicht mein niveau ich war auch gestern kurz ich war auch gestern kurz davor wir gefragt waren wir zocken zu sagen gar nicht die woche warum weil ich eigentlich aufs match halt gehen wollte ja dann wäre es gegangen man da hätte mir die woche nicht gezockt ich hätte einen anderen tag kommen können aber wir nicht so habt ihr alles schon verplant oder was norbert konnte da freitag sonntag nicht und ich konnte samstag nicht damit ja es heilt in der halle wir sind ja nicht in einer halle halalala schweißpropaganda poste bist du nicht zu nimmst freut auf hat er das explodiert echt weißt du was du verfolgt wirst wenn ich so einen freund habe So, wir sind bereit, um den Tag zu erheben! Es ist passiert, Daddy! Sie kommen für die Kinder! Lass uns das, Tomo-Buster! Blablablablablablabla! Was mir heute eingeschossen ist, ich habe gedacht, eigentlich wäre es wirklich geil, ob wir wieder einmal zur Dritthand machen würden. Boah, ich habe mich gesehen, pass auf, pass auf! Rechte Idee! Wie bist denn du jetzt auf das Kommen überhaupt? Rechte Spiele! Oh, er ist schon wieder bei mir! Er hat genau den Kasten draus gemacht! Ich weiß nicht! Norbert lockt ihn an und mich verfolgt, Alter! Aber das haben wir doch letztes Mal schon gemacht! Ja, und das ist die letzte Stufe! Norbert! Ja, Dominik! Alter! Alter, das ist lustig! Der klingt aufs Luan! Alter, schön, schön, dass es mehr zur Hilfe kommt, Alter! Hier ist mir heute nochmal! Oh, ich habe dein Kasten geöffnet in meinem Leben! Oh, das kann sein! Oh, das kann sein! Oh, ich will dich nicht mehr aufnehmen! Oh, das kann sein! Oh, das kann sein! Oh, das kann sein! Der fette ist bei mir So hektisch Zeichen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wer ist von euch wo hinganget? Wer ist von euch? Ich versuche, Coach Ich bin, wenn du ausgehst Hast du aus dem Baum? Nicht nach rechts gegangen Alex, hast du das Richtige genommen eigentlich? Ja Ja, warum? Wenn irgendwie hat er mir keinen Schaden gemacht Oh mein Gott Ohhhh Es sind alle oben Ich bin tot, ich bin tot Beide, eine links, eine rechts, oh mein Gott Ich bin doch nicht tot Ich bin fass Ich bin tot, ich bin tot Ja Der ist bei mir Ja, ich muss das dann reinkommen wieder Renn, noch mit renn Wow Oh ich hab gesagt lauf ich hab schon eine draußen aber ich will den weg versperren falls er reinkommen will bis jetzt kommen da nicht rein nämlich das ist eine gute idee oder so hektisch ich hab nicht der weg zu sehen oder wenn du die rolle rausgenommen hast gebe ich gleich die nächste ran ja was aber noch dort steht da sind mal alle drauf ich seh nichts ja dass wir mal alle rauslegen vielleicht hat der hilfe gebrochen wird schon extra da kommt um die ecke da kommt um die ecke da kommt um die ecke komm der zahme ich weiß was ich wollte gerade zeigen ich log ihn an Jetzt haben wir uns nicht geplant Danke. Wenn du wegläufst, dann versuch dir ein Versteck zu holen. Ich habe das Gefühl, den Weg an der Verstecke will ich nicht. Ich muss sich ruhig noch nicht her, es gibt die Verdecke. Es gibt hier nichts. Ich brauche noch kurz Alex, bis ich in Arbeit hole. Wenn du Hilfe brauchst, musst du sagen. Ich mache aber nicht die Aufgaben. Ich mache das schon. Es dauert halt nur. Aber mir dauert es ja auch. Jetzt bin ich ganz in Ruhe. Bumut, hallo? Es ist zu viel. Okay. Klasse 1 habe ich, Klasse 2 ist kein Apparat mit der Information, also es muss 3 und 4 sein wir haben schon alle Rollen draußen Norbert habe ich geglaubt gesehen das verstehe ich nicht, wie kann ich ich habe mich jetzt versteckt gehabt du bist zu hektisch einfach für dieses Spiel hier Was ist das? Ein Klassenraum fehlt noch. Klasse 4 fehlt dann noch. Was fehlt? Das hat die Filmreihen. Dann hat er eine Reichweite gebunden. Norbert lauf. Warte, ich konnte dich das nicht fallen lassen. War ja Alex? Ja. Du bist das in die andere Richtung gelaufen. Jetzt hat mich halt erkennt, der längst gesprungen ist. Das ist ein Karsten, das ist ein Karsten. Oh, du hast auch Heilung, stimmt. Ja. Ich gehe mal nach vorne. Ja. 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 Ich gehe mal nach hinten. Ich gehe mal nach hinten. . Was? Ist das so geil, soll ich noch rein, noch rein? So. So. Sie liegt irgendwo da bei Norbert. Sie liegt irgendwo da hinten am Gang. Sie liegt irgendwo da hinten am Tag. Okay, wir sind hier vorne. Nein. Oh, Mann! 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 Der weg sind ab. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! ich hab dann ich hab dann versucht ich hab dann versucht ohne ohne und ja Ja? Das ist so ein Vorratsding. Ja, ist heuer. Achso, achso. Ich hoffe das er guckt. Ja. Ah, sehr gut. Da können wir auch aufmachen. Da war da nicht irgendwo dieser Raum, wo du diese Finzer abgibst. Ja, der ändert sich immer. Bochen, Kronen und Auge. Ja. 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 Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Anah, anah. Ich sterbe vielleicht. Ich brauche die Haltung, Alex, wenn es mit dir ready ist. Ja. Genau, ich brauche die Kamera. Was? Djupe, Dominik. Ah, der Kompass. Danke dir. Das ist ein zweiter Generator. Ja. Ich brauche zu, da ist eine Batterie raus. Ich brauche das. 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 Ja. Ich brauche das. 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 Auf dem Generator. Nehmen wir den Gegner mit. Nehmen wir mit. Sehr gut. Okay. So, Schlüssel muss irgendwo da sein. Kann er da noch eine geben? Jetzt zahlt er mich wieder raus. Jetzt bin ich wieder raus. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, ich bin tot. Ganz oder? Ich verblute. Ich habe auch eine Spritze. Ich bin eh schon bei ihm, aber der ist noch immer dort. Ich bin tot. 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 Aber Norbert, du musst echt vorsichtiger spielen. Ich muss dich jetzt schon das dritte oder vierte Mal holen. Das ist echt anstrengend. Ich bin tot. 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 So, jetzt nur mal abschneiden und... Achso, er kommt. Er geht raus. Okay, also noch mal abschneiden und... Alex, komm her, oder Robert? Ja, komm schon. Alex, lenkst du ab, wenn er kommt? Robert? Gedrückt halten. Sehr stark. Aber das schwierigste kommt noch. Wobei das andere war, das letzte glaube ich war gar nicht schwierig. Was war das letzte? Das regnet jetzt dann Blut über alle, dann noch über alle Kinder. Ja, aber dann, was war dann noch? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nichts mehr, oder? Was war das nicht? Oh, irgendwas kann danach noch, glaube ich, oder? Echt? 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 Ich hab jetzt keine Ausdauer mehr gehabt. Los, zurück. Heile uns. Ja, halt, weg einfach. Einfach weg. Sehr stark. Ich frau mich, wie der Rang nur so wenig Unterschied sein kann zwischen uns und Norbert, oder? Aber? Wahrscheinlich, weil ich zehnmal geheilt hab. Und die Heilverrichtung. Ich denke halt, dass du zwar natürlich eine individuelle Note bekommst, aber trotzdem die Teamleistung da auch mit... Geht was immer. Ich glaub, die Teamleistung ist sogar wichtiger. Das heißt, wenn wir Teamleistung eine, so wie jetzt, D hatten, dann okay, dann kannst du einzeln noch ein C plus gehabt haben, vielleicht noch ein B minus. Aber ich glaub, du wirst nie ein A schaffen, weil als Team hast du sowieso verkackt. Ja. Ja. Ja.